herzlich willkommen zurück zu lego star wars episode 3 und ja überlegt die ganze zeit was wir hier tun müssen um da hoch zu kommen ja irgendwie noch nicht so ganz geläufig was wir hier tun müssen weil hier kommen gegnerorten über gegnerorten aber jetzt wirklich was richtig inteligentes anfangen wenn ich hier glaube ich nicht so aha aha springen kann da also nicht okay okay so jetzt bin ich hier ist ja schon mal nice aber ich kann doch nie im leben mit yoda da hoch oder das schaffen wir doch nie im leben ups aha nice was ist das denn so hier können wir aber definitiv jetzt mit juio ups so okay jetzt können wir auch hier durch ich hätte mich auch schwer gewundert wenn ich so schauen wir mal so das wird glaube ich kommendant nummer eins da drüben war aber glaube ich noch ein zweiter komm ich jetzt aber au nicht hoch okay okay knühwürmchen knühwürmchen da hinten sehe ich einen auf so einem komischen weißt du weißt du geh mir aber nicht hier so okay okay aha na gut das war nur zum einsammeln von dem dingern hier so was kommt hier raus außer geld okay da hinten hat es gerade irgendwas zerlegt da rollt irgendwas den berg runter so so immer gucken was in den pflanzen ist haben wir vorhin gemerkt manchmal kommen da dinge zum vorschein wenn die man so gar nicht erwartet hätte ne so raus mit dir so so gucken hier kommt jetzt bestimmt irgendeine plattform oder so raus dass wir da hoch kommen kann ich mir vorstellen dass da jetzt ne doch nicht hm ok okay okay hier passt mal die plattform warum steckt da eigentlich immer das lichtschwert weg so wir müssen jetzt garantiert da hoch es will aber gar nicht so einfach werden wird wenn ich das jetzt richtig gesehen habe müssen wir die rollenden filzblecke hier mit der macht beiseite räumen gucken wir mal aua hallo wieso fällst du jetzt runter mein freund wieso fällst du jetzt runter mein freund also ein nimmt doch die macht junge wenn ich den knöpfchen drücke Wow Okay, minikid So, das hat funktioniert Das hat funktioniert So, zwei Schalter, zwei Charaktere, das klingt gut Das erste ist diesen Kerl hier Wow Da ist schon down, okay So, du auch noch Zwei Herzen sind ja schon mal gut Haben wir gleich wieder volle Lebensenergie Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir eigentlich hin müssen Aber einfach immer den Stans nach Au, ey Ich hab noch einen übersehen Hallo, mein Freund Sammeln wir uns mal das Geld noch ein Ich weiß nicht, was hier jetzt passiert Außer das Sturmtruppler auftauchen Ah So, und wohin? Wohin des Weges? Da nicht Tja, was hab ich jetzt hier? Gitter Oh Muss ich die zerstören? Aha Aha Sieh mal ja, nein Das war's also Okay, Judah flüchtet jetzt in dieser Kapsel Damit hätten wir den Level bestimmt auch abgeschlossen Oder haben ihn bestimmt auch abgeschlossen Ja, weil Woche Jedi haben wir ja jetzt nicht Sind ein paar Mal gestorben Aber Das ist egal Das war Chewbacca Sehr schön Naja, 51% ist ja jetzt nicht so übel Würde ich meinen So Minikit hatten wir eins Mehr habe ich leider nicht gefunden Und damit würde ich sagen Beenden wir den Part Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart Bis zum nächsten Mal Tschüss